In diesem Film geht es um einen Auftrag. Den ich vom Appenzeller Käse erhalten habe. Ich soll drei der renommiertesten schönsten Künstlerinnen in China besuchen und ihnen eine Aufgabe überbringen. Mein Name ist Yu Hao. Ich komme aus Peking, China. Ich wohne seit fünf Jahren im Appenzeller Land und arbeite im Haus Appenzell. In den nächsten Tagen werden wir zu zweit nach China heißen, um die Künstlerinnen zu bieten, mit Hilfe eines Scherenschnittes, drei Ausschnitt aus dem Produktionsprozess des Appenzeller Käses zu visualisieren. Dieser Scherenschnitt dienen dann aus Sujet für drei Taschen, die in einem zweiten Schild produziert werden. Von Appenzell an den Zücher Flughafen und weiter mit dem Flugzeug nach Peking. Nach einem kurzen Zwischenhalt werden wir die Provinzen, Shanshi, Sichuan und die jinnere Mongolei besuchen. Das Kunsthandwerk des Scherenschnittes hat den Ursprung in China und ist über 1.500 Jahre alt. Die unterschiedlichen Symbole und Figuren wie der Spiegel oftmals regionaler Skulptur und Zeitgeschehen. Seit rund 400 Jahren ist der Scherenschnitt auch in der Schweiz ein traditionelles Kunsthandwerk, um Momente, Objekte und Tätuale visuell festzuhalten. So faszinierten mich in der Schweiz schon bald einmal Bilder der Auffahrten. Die Künstlerinnen, die wir besuchen, beherrschen das Handwerk des Scherenschnittes und die Kunst der Geschichtenerzählens wie keine anderen. Zudem sind sie mit der Appenzeller Kultur etwas vertraut, da wir sie vor 100 Jahren bereits einmal ins Appenzellerland angeladen haben, um für die Scherenschnitt-Ausstellung ist Miss West Arbeiten zu schneiden. Vom Peking geht es mit einem kleinen Flugzeug nach Yan'an, dem ehemaligen High Quarter von Mao Zedong. Von dort fahren wir mit dem Auto nach Jingbian, um die Künstlerin Huayu Xiu zu besuchen. Huayu Xiu schneidet seit über 30 Jahren. Sie gilt aus einer der besten Geschichtenerzählerinnen. Ihr Geschichten schneidet sie auf Papier. Diesmal fokussiert sie sich auf das Thema in der Käsehai. Ich schneide dieses Stück zum Thema in der Käsehai. Den Hintergrund habe ich mit den Bergen und dem Helif des Appenzellerlandes gemacht. An der Ecke steht ein Sen beim Melken. Hier ist ein Bär. Er trägt gerade ein Stück Käse in den Käsekeller. Dies zeigt den Rührprozess. Unten schaut der Bauer, ob sich die Milch schon getrennt hat. Als ich den Entwurf für das Logo des Appenzellerkäses magte, habe ich an die alten chinesischen Schrift gedacht. Unser alten Schrift werde von Hex nach links geschrieben. Dann habe ich gedacht, dass der Appenzellerkäse auch eine sehr lange Geschichte und eine alte Tradition hat. Darum habe ich das Logo wie in den alten chinesischen Schrift von Hex nach links geschrieben. Der zweite Teil der Häuser bringt uns nach Sichuan, der Provinz der Pandas. Die Künstlerin Huang Ying wohnt in Mian Yang. Teile dieser Stadt wurden anlässlich des Erdbebens im Jahre 2010 total zerstört. Wir besuchen mit ihr bei Chen das Epizentrum des Erdbebengebietes, das heute wieder aufgebaut ist. Der zweite Teil des Erdbebengebietes, Das Markenzeichen von Huang Ying sind die Formen der Menschen und der Tiere, die sie miteinander verbindet. Sie fokussiert sich auf das Thema, auf der AUB. Hauptsächlich möchte ich zeigen, wie wichtig die Kühe bei euch sind. Die Kühe sind großartig. Die Kühe bringen Glück für die Appenzellerbauern. Darum nehme ich eine Kuh für das Thema, auf der AUB. In dieser Kuh bringe ich den Sentis, die Werkzeuge für die Käseherstellung und eine Glocke hinein. Den Schwanz möchte ich nach oben kümmern. Er umschlenkt die Sonne. Die Sonne bedeutet für uns Hoffnung. In diesem Kuhkopf sind alle Werkzeuge für die Käseherstellung an Tauten. Schaut mal das Nasenloch. Hier sind zwei unterschiedliche Pfarrheime. Die Nase ist eigentlich eine Käsehafe, um die Milch im Käse zu hören. Die beiden Seiten der Nase anhauten zwei Bürsten zum Sauzen des Käses. In den Ohren sind Bürsten zum Einigen. Die Augen sind eigentlich Schöpfkellen, um die Schotten zu schöpfen. In der Mitte dieser Pupille ist ein Stück fertiger Käse. Oben sind die Käseformen, sie sind aus Blech gemacht. Die letzte Etappe unserer Heize führt uns in die Innermongolei, nach Bautou zu Professor Wang Hunchuan. In dieser Provinz findet man immer wieder Zeugen der buddhistischen Kultur. Wang Hunchuan bezieht ein eigenes Atelier und erteilt neben ihrem Unterricht an der Universität Mau-Kurse für Jugendliche. Ihr Schönen Schnitt widerspiegelt das Wälder und das Urtümliche der Innermongolei. In ihren Arbeiten sucht sie nach dem tiefen Zinn der Themen. Für uns fokussiert sie sich auf das Thema Geheimnis. Meinen Schönen Schnitt habe ich in der Mitte wie ein Kleeblatt mit vier Blätten geschnitten. Das vierblätterige Kleeblatt habe ich selbst in der Schweiz gepflückt. Ihr habt gehört, dass ein vierblätteriges Kleeblatt Glück bringt. Das war sehr antrucksvoll für mich. Darum habe ich dieses Symbol in meine Arbeit hineingegeben. Das Geheimnis des Käses liegt eigentlich in der Köstlichkeit. Der Appenzellerkäse wird nach einem speziellen, traditionellen Rezept und Herstellungsprozess hergestellt. Dieses Rezept hat etwas zu tun mit den Kräuten. Der Hauptteil des Schönen Schnittes zeigte zwei Bauern mit Kräuterflaschen, deren Inhalt sie auf den Käse gießen. Dies ist eine Lampe. Sie symbolisiert auch die Sonne. Die Sonne hat eine glückliche Bedeutung und bringt das Licht. Hier sind die Samen der Kräuter. Sie wachsen jedes Jahr wieder. Die zwei Bären und den Käse in der Mitte habe ich auf dem Markenzeichen des Käses gesehen. Unten sind drei Kuhglocken. Der Vogel ist ein Maskottchen. Ein Glücksvogel fliegt mit einer Früchte oder einem Samen. In China ist dies ein Glückssymbol. Der Vogel bringt den Samen. Es ist ein Symbol für die Vereinigung von Yin und Yang. Es bedeutet, etwas entsteht und vermehrt sich. Diese Blume im Hock des Mädchens ist eine perfekte Hose. Sie bedeutet Wohlstand, Respekt und Glück. Die gestellten Aufgaben waren für die Künstlerinnen eine große Herausforderung, die sie mit hohem Interesse interpretiert haben. Das Thema des Käses hat sie allesamt gepackt. Genauigkeit, Perfektion, Paesition, Transformation, Kunsthandwerk und Symbolik vereint sich hier auf unterschiedliche Art und Weise. Das Thema des Käses hat sie allesamt gepackt.